Ach, Alter, dieses Spiel macht mich wahnsinnig. Zeile, wie schreibst du denn immer so schnell aus? Hab ich wieder vergessen, jetzt hab ich auf die Dings geguckt. Scheiße. So. 3, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vergesse. Ich muss mir so bleiben. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Welche war denn? Weißte. War richtig. 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, ah daneben, ok. Also die ist das, ok. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, ah. Ich kann beim Sehen gleich tippen, super. ja also das klavier haben wir auch schon geschafft ein klavier ein klavier großmutter wird auch nicht so ist dabei ein juhu warte warte hey ich hätte gerne mal wie geht das nicht so kann ich hier nicht schreiben so ja ich hab das ja vergrößert genau so muss es sein da vorne hier war nix das haben wir alles fertig genau hier ist zunehmend ist okay also muss ich sagen gut ab das hat wirklich wenn das wirklich so ist wie das in der ankündigung stand dass das ein einziger programmiert hat und wenn er sogar die ganzen ideen hatte für das spiel ich meine es ist klar wie viel ist da die ganzen gegenstände und so kannst ja kaufen solche sachen aber trotzdem super idee muss ganz ehrlich sagen ist ja die geschichte ist auch nett das war auch gut das haben wir schon das haben wir hier doch alles fertig so jetzt müsste du eigentlich nur noch weiß ich auch nicht gucken die lösung müssen wir langsam kriegen weil wir sind ja der ach da war doch das dreirad das war doch klar dass sich immer das dreirad bewegt okay das ist ja das ist ja die die wende 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 sieht wende 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 herr schiedet wurde kennt also sie ist schon tot sie kommen nicht auf wir müssen wieder zurück ja da gehen die dinge sind hier können wir nicht ich wusste doch dass sie kommt ich will hier noch was machen wie lieber noch dahin ich kann die tür nicht öffnen ist mir auch klar das spielauflöse ist mir auch klar da hinten ist die tür auf das einzige was mich ärgert ist im spiel kannst du nicht rennen wir sind wieder in der küche herr habe ist frei kraft kabel kabel was möchten sie herr habe so weit weg ich kann den schlüssel nicht nehmen mit dem müssen wir noch reparieren ach so muss jetzt ein dosenfutter eine konservendose jemand hat sie geöffnet und dann jetzt geschehen die 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 Nee, das bringt nichts. Metallhaken. Ah, okay, das habe ich nicht ganz verstanden, okay. Sie sprang auf dich, um dich zu töten, wohl wie sie es mit der Katze teilt, um sie in den Himmel zu schicken. Okay, danke schön, danke schön, danke schön. Genau, das mit der Katze hatten wir gesehen, dass sie die Katze getötet, erst hat sie Mäuse getötet und die irgendwie ausgestopft. Und dann hat sie auch ihre Katze getötet, genau, sie wollte mich töten, wie sie ihre Katze getötet hat. Die Tür ist verschlossen. Okay, danke. Was mache ich jetzt mit dem Haken? Ja, ich weiß, dass du da oben bist. Oh, nee. Ich muss hier was mit dem Futter machen, denke ich, dass der isst und dann kann ich hier den Schlüssel abnehmen. Aber wofür brauche ich jetzt den Haken? Ah, okay. Das ist aber auch der Haken, ne? Oh. Jemand hat so was. Also die Krähe fliegt hier runter, um zu essen. Warte mal. Geh mal ein Stück zur Seite. Ja, das ist so schön, ey. Ja, das ist der Ding, das weiß ich doch. Ich komme hier oben nicht an die Krähe dran, du musst dich doch verarschen. Was mache ich denn jetzt? Also, Kraggraf liegt hier runter und ich habe einen Haken. Ja, leck mich am Schluss. Hi. Ja. Ich kann den Haken nicht nehmen, nee, nee. Also die einzige Aktion, die ich ausführen kann, ist, dass ich den Haken an die Krähe packen. Nee, das funktioniert nicht. Was soll ich hier was machen? Nee. Ja, das ist wieder ein tolles Rätsel. Ich bin so voll auf den Haken aus begeistert. Das ist die einzige Aktion, die ich ausführen kann. Ich übersehe wieder was. Haken auf Schlüssel. Bei der Krähe habe ich auch schon probiert. Aber ich komme nicht dran. Das ist das. Zu weit weg, ich kann den Schlüssel nicht nehmen. Ich muss irgendwas mit der Dose machen, glaube ich. Aber ich weiß nicht was. Kann ich noch eine Dose aufmachen? Ich kann hier leider nirgendwo raus. Wenn das Spiel nicht so dunkel wäre, dann ging es mir echt schon besser. Eigentlich habe ich da ein bisschen heller gestellt, um mich nicht an die Vorgaben zu halten. Nee. Ich kann nichts anderes machen, außer... Der Haken und die Krähe. Ja! Aber den Schlüssel kriege ich doch nicht. Was soll der Haken mit dem Schlüssel verbinden? Das bringt ja nichts, der Quatsch. Wobei du hier sehr genau sein musst, teilweise. Also gerade am Anfang, bei dem Zeitungsartikel hier, den musste ich ganz, ganz filigran zusammenlegen. Nicht wie bei anderen Spielen, Hauptsache liegt drauf und verbindet sich, sondern der musste ganz filigran zusammengelegt werden. So, das kann man nicht machen. Das Einzige, was wir machen können, ist die Krähe. Anfunken. Und wir haben einen Haken. Aber wir können keine Türen öffnen. Das ist noch. So, wir können nichts anderes nehmen. Ja, das kann man noch nicht lösen. Hallo? Das fehlt doch. Also müssen wir eher was mit dem Haken der Dose machen. Dass die Krähe quasi beim Fressen hier hängen bleibt. Da fülle ich jetzt aus. Aber was? Ja, das ist hier sehr genau abgepasst. Also du musst den Punkt schon sehr genau finden, um das hinzukriegen. Dömen. 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 das blöde ist du siehst das nicht der zeigte dass ich an wo der richtige punkt ist na wie brava bravo guck mal nach Ich habe noch einen Spur. Wie wird der... Guck mal, ich lasse mir jetzt zu, ich habe das gemacht. Für Okay. ich hab mir das selber rauskriegen spiel schon vier stunden da war das doch Der hat den Haken noch gar nicht okay. Nein, das ist ein Schlüssel. Aber wo denn hier? Ich bin mal gespannt. Wo muss ich den Haken denn ansetzen? Nein! Nein! Da wird man nicht drauf kommen. Richtig, es ist ein Dietrich. Und zwar hierfür. Ich bin hundertmal durch diese Kackküche gelatscht und hier war nie ein Schrank zu öffnen. Das müssen wir nur rauskriegen. Wie kriegen wir jetzt die Lösung für den Innens raus? Es war hier wirklich, ich bin immer an den Schränken vorbei. Es war hier noch niemals der Schrank, irgendein Schrank, um diesen Ding wirklich so zu öffnen. Alter! Ja! Was denn? Aber wo kriegt denn die Schüsselkombi raus? Ich glaube, die Höhen sind am Schlüssel. An welchem Schlüssel? An welchem Schlüssel? Ah! Ist er denn jetzt ganz unten? Warte, ich mach mal mit der Video raus. Habe ich ja. Moment mal. Der dritte, also jetzt von oben gezählt, der ist etwas tiefer als der erste. Wie viele Stufen gibt es denn? Warte mal. Es gibt eins, zwei, drei. Okay. So, dein Problem. Also der erste ist, glaube ich, höher als der zweite. Also der erste ist, was haben wir denn? Also der vier, ne? Also der erste ist mittel, der zweite ist ganz hoch, der dritte ist unterste Stufe, dritte Stufe und der andere ist wieder ganz oben, ne? Das müsste es eigentlich sein. Nee, der ist mit Absicht, glaube ich. Schlechte Grafik, ja, ein bisschen. Eins, zwei, drei. Okay, das heißt, der ist die zweite Stufe, glaube ich. Also eins, zwei. Der ist so. Der ist so. Nee. Nimm nicht. Ne. Quatsch, genau umgekehrt. Ich bin doof. Äh. Jetzt habe ich es nicht im Kopf. Ah, ich weiß, was ich meine. Was? Schlechte Grafik? Ach, ich habe nachgesehen. Weil das so doof ist. Du hast den falschen Schlüssel. Der Rabenschlüssel ist nicht der richtige Schlüssel? Jetzt ernsthaft? Okay, also ich muss einen anderen Schlüssel finden. Dann ist das der. Der ist das, der kaputte. So, dann ist einmal. Einmal runter. Der zweite ist ganz unten. Der dritte ist auf mittlerer Höhe. Und der letzte ist auch ganz oben. Yay, dankeschön. Danke, dass das gemacht hat. Ich hätte jetzt nicht nachgeguckt. Ich wäre jetzt, ich hätte aufgehört zu spielen. Juhu. Da bin ich jetzt echt nicht draufgekommen. Hier habe ich immer gedacht, wir müssen die Schlüssel reparieren. Das heißt, wir brauchen den Raben wahrscheinlich gar nicht. Das ist ja so ähnlich wie du gerade sagst mit dem Negativ. Das verwechsel ich immer. Also der ist auf erster Stufe. Der ist auf höchster. Also der muss ganz unten sein. Ne. Doch. Der muss ganz unten sein. Also die beiden sind ganz unten. Der ist ein runter und der ist zwei runter am Anfang. Ich komme echt durcheinander. Ich hasse das. Ich kann mir als Spiel auch nicht merken. Ich kann mit Schüssel nicht merken. Wer so richtig ist, wenn der Schüssel reinkommt. Ist vorne. Der geht ja bis hinten durch. Der erste ist ein runter. Der zweite ist ganz runter. Der dritte ist... Der dritte ist ein runter und der hintere ist wieder ganz runter. Ist doch richtig. Hä? Ich glaube ich gestern die Elf schon fliegen sollen. Der muss ganz runter. Der muss auch ganz runter. nicht mehr runter. Der muss schon fallen. Ich hab's geklappt. Ich hab's geklappt. Ich hab's geklappt. Ich hab's geklappt. Nachschau. Da sind die Gewichte. So. Hä? Achso, muss ich erst ablegen. So. Okay. 270, 370, 420 ist zu viel. Okay, 420 ist zu viel. Okay, 75 ist zu wenig. Wie habe ich gedacht? 170, 270, 320, 420 war zu viel. 395 ist zu wenig. Also müssen wir zwischen 400, 395 und 420 muss das sein. 375 ist zu wenig. Das ist jetzt zu viel. Ah, Kacke. 375 ist zu viel. Und das geht wieder nicht, hä? Was wie ich denn die alte Sau? Wow. Habe ich jetzt vertan? Nee, ist ja richtig. 150, 370. Batsch, 270. Es ist spät. 170, 320, 395. Ist zu wenig. Das geht nicht. Richtig. Ah. Bleiben einfach so. 400 reicht nicht aus. 400 reicht nicht aus. 400 reicht nicht aus. Ja. 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 Warum kann ich jetzt wieder drauf? Was hat denn das ausgelöst? Hä? Nein. Nein. Ich habe noch nicht auf dem vollen Geflogen gesehen. 180, 170. So, jetzt haben wir die genaue Mitte. Das müsste doch reichen. Darf ich jetzt wieder? Hä? Ja, aber ist das nicht das Ziel, die Waage zum Ausgleich zu bringen? Kann man doch. Da können wir auch noch dran. 415. 170, 290. 290. 440. Ja, 415, aber dreistelliger. Ach, der dreistellige. Hä? Dreistelliger Coach. Wo? Aber wo haben wir den denn? Hä? Ja. Ach ja, wir brauchen den dreistelligen Code. Richtig. Ah, 415. Ja, danke. Ich steig am Schlauch. Ich hab gestern war ein bisschen lang. Sorry. Ich hab gestern elf Stunden gemacht fast. Was haben wir jetzt gekriegt? Hä? Was haben wir jetzt gekriegt? Jetzt ist die Dose auf. Ah, warte mal. Ah, gibt's für... Oh. Ja, das ist aber böse. Genau wegen Porg. Jetzt hab ich's verstanden. Das ist mir aber unangenehm, lieber Mann. Und jetzt komm ich an den Schlüssel. Ich hab meinen Raben getötet. Aber warum kann ich da nochmal dran? Hä? Okay, wir haben jetzt einen kleinen Schlüssel. Wollen wir mal gucken mal. Ich glaub, hinten die Tür ist wieder offen. Oder ist die offen jetzt? Nee. Wovon brauchen wir denn nochmal einen kleinen Schlüssel? Hier war nix mehr, ne? Hier haben wir alles gelöst. Hier unten dann 15, richtig. Ah. Hab ich gerade gar nicht gesehen. Wer hat denn jetzt die Tür verschlossen? Die war die ganze Zeit auf. Da bin ich traurig nochmal durchgelaufen. Hallo? Da wird mich ja wohl einer veräppeln. Das berühmte Kind im Schaukelstuhl. Schlampe. Oh. Oh. After woken up, I realized I was trapped in the basement. My wife had the abnormal expression since the child died. But I really did not expect that my wife suddenly attacked me. Now, everything was clear when I read her diary. Sometimes, I suddenly injured somewhere. I could not remember what happened to me. The doctor said that I was suffering from depression. Besides that I was suffering from short-term dementia. Every morning when I woke up, all things became strange to me. Only one thing hasn't changed. That was my unborn fetus grows increasingly. Thenceforth, I start to write a diary. I want to note everything that happened to me in to this. This things became complicated when my husband brought home a girl, and introduced she was a new maid in the house. Her name was Mary. She was a beautiful girl, but I had a bad premonition when I looked at her eyes. This introduction seemed often repeated day after day. I realized that when I re-read my diary. Seemed to Mary and my husband were lies in front of me, but he hadn't known that everything were wrote in this. I start to find out their reason. And then I was realized a horrific secret. My husband, he's in there with Mary. They were taking advantage of my dementia illness, in order to sneak with each other. This thing made me very sad. And it broke my heart. The only reason that helped me endure all of this was because my unborn child. Already eight months since Mary lived here. I've tried to dissemble when seeing her adultery with my husband. I couldn't believe that Mary was too greedy and sinister. She had put poison in my food. It was caused many severe abdominal pain. Her poison didn't make me dead, but it killed my son. These days are the most miserable days of my life. I realized I need to avenge. I want her to go through the pain of losing the child same like me. All of them were gonna pay for this. After a long time, waiting for Mary pregnancy, this moment finally came. I used a knife to slit her belly and get the baby out. It's a girl. It's looked at me and cried. In a second, something seems to touch my heart. I decided to let the little girl alive. But this couple gonna pay for what they did. I burned them. Two corpses were charred and could not identify their faces. Police later confirmed that this is a suicide of me and my husband. But they did not know about Mary's presence in the house. After that, they took the baby away. This is the last page I wrote. And I did not want to see this diary anymore. Because it brings back my painful memories. I will wait for this child to come back. I will wait for this child to come back. Hä? Hä? The end! Hey! Durchgespielt! Yay! Hä? Durch dieses Spiel möchte ich eine Nachricht drüber bringen. Danke, dass du das gespielt hast, Herr Goethe-Board. Bei den Menschen gibt es drei Wurzeln des Übels. Drei Gifte im Buddhismus genannt Gier, Hass, Ignoranz. Jede, der spielfinger im Spiel, drückt eine der Wurzeln aus. Gier, Ignoranz, Hass. Aha. Ich bin das Kind. Wie die kleine 20-jährige Schorner. Das zierliche Mädchen, ja.